Freirider ist für mich, sich weit weg vom Alltag in neuen Gebieten komplett frei in allen Dimensionen zu bewegen. Mein Name ist Ramón Morillas, ich bin Parapente und Paramotor. Ich bin seit 20 Jahren. Ich arbeite vor allem an den Límiten. Ich mache immer mit Parapente und Paramotor. Der Sigma 8 verköpft für mich eine ganze Freiride-Philosophie. Wenn ich Freiriden gehe, versuche ich verschiedene Linien zu finden, neue Dinge zu entdecken und weit zu fliegen. Musik 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 Für Völos von Aventuras ich wähle die Sigma. Die Sigma kann mir die Möglichkeit, sehr ruhig und viel Spaß zu machen. Ich kann mich auf neue Völfe finden, in schwierigen Situationen, aber mit einer Sigma kann man einen Aventurasen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.